Wir hatten ja auch einen Talk dazu zum Thema ist FIFA oder Ultimate Team ein Glücksspiel? Und der Talk zeigt ja auch schon mal ein bisschen die Prämisse des eigentlichen Ultimate Team Modus und auch der E-Sport Tauglichkeit eines FIFAs eigentlich an, also eines EA Sports FCs an. Ich finde, da wird sich in den nächsten Jahren oder auch schon mit dem nächsten Teil, weil die UFL ja auch jetzt dann kommen wird, hoffentlich irgendwann mal. Wenn es ihn genau. Da wird sich, glaube ich, noch viel machen und ich glaube, das wird sich entscheiden mit dem nächsten Teil, also mit 25. Da muss mehr passieren. Auf jeden Fall. Und du hast UFL angesprochen. Jetzt haben wir noch gelesen, 40 Millionen US-Dollar geht auch noch Cristiano Ronaldo als nicht Ambassador-Namensgeber, sondern tatsächlich als Investor mit rein. Und sie wollen ja diesen Ansatz haben. Wir wollen ein kompetitives Spiel halt machen. Also wir wollen genau das, was EA in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt hat, wollen wir in unseren Vordergrund stellen. Und ich bin einfach gespannt. Du kennst es auch, du hast das Gefühl, du dominierst einen Gegner, aber da passieren solche Dinge, die können gar nicht passieren und du verlierst das Spiel nachher 5 zu 0. Und genau so eine Dinge gehören meiner Meinung nach nicht in ein kompetitives Spiel. Ja.